so okay so irgendwann wenn wir zu viel zeit haben können wir uns auch mal so halte döcke machen ich weiß das hatten wir vorhin auch schon gemacht danke wenn du lieber endlich was zu trinken hast du noch genug zu trinken oder dann kannst du gerne in den zweiten noch nehmen wenn es noch nicht reicht ich weiß ich gehe mal kurz rüber da gucke ich ob ich eventuell die schildkröte finde knochensuppe ok und knochensuppe habe ich noch nichts gehört aber wir haben uns schon fleisch gekocht ja glücklich haben wir ein schwein wieso schildkröte schläft jetzt ja ja fleisch und panzer mit dem panzer können wir auch wasser sammeln schildkrötenpanzer schildkrötenfleisch das ist doch mal praktisch brauchen wir noch bambus bambus können wir immer gebrauchen ok aber ich muss mich erstmal kurz waschen gehen nicht dass die böse böse infektion wieder kommt er ist schon wieder durstig ne das gibt's doch nicht vor zwei minuten hat er was gesoffen und ist sofort wieder durstig instant aber ich finde das spiel macht im multiplayer viel mehr spaß als wenn man es alleine spielt ja macht das richtig mehr spaß ist cool ja mir gefällt es auch alles klar mistfink machs gut jetzt habe ich die bambus dinger fallen lassen es hat die schildkröte schlafen gelegt verstehe ja der hat sie zugedeckt ihren schlaflied vorgesungen was ging es denn du immer danke für dein follow mistfink dankeschön na toll jetzt ist die machete kaputt jetzt habe ich keine axt mehr das doof das doof ich komme mal zurück und bring dir mal den schildkrötenpanzer für wasser ok ja ey guck mal das Feuer brennt immer noch äh was ist das was du jetzt hier baust eine lehmdusche ich habe überlegt vielleicht kann man da drunter den panzer stellen ich weiß aber nicht ob es klopft ich habe ja keine ahnung wie das ding funktioniert äh schildkröten verbrauchsgegenstandseffekte unbekannt hineinstecken keine ahnung irgendwo kannst du es hinpacken äh ähm ich packe den einfach mal hier vorne erstmal hin ja ja du brauchst wieder was zu trinken natürlich ah ey das ist echt furchtbar ähm hast du noch genug zu trinken ja gut trink ruhig sehr gut so was hat er denn für schmerzen äh ja Wasser ist das Problem momentan Wasser ist noch das Problem ähm ok ich versuche nochmal Steine aufzutreiben damit ich mir nochmal eine neue Axt bauen kann äh irgendwas ist ja ich untersuche mich mal wieder hab sie weggemacht irgendwo hast du noch was danke schön bitte irgendwas ok jetzt ist gut jetzt ist gut ja sehr schön danke weißt du das ist wie bei den Affen wenn die sich lausen wir äh wir nehmen uns die Egel ja ja so Pilzchen so gucken was wir jetzt irgendwie nochmal was finden steine technisch wäre super jetzt hängt der hier an dem links fest aber was gut ist Regen ja Regen bedeutet trinken du Regen in real life fände ich gerade auch echt nice ehrlich gesagt ich habe gerade was gefunden ein Tukan was ist ein Tukan so ein Vogel ähm oh äh na klar Bier was Bier Tschunke klar darfst du Denkanstöße geben gar kein Thema solange es kein kein äh links der Spoiler ist alles gut Feder ich habe eine Feder gefunden jäh uiich habe es gerade rascheln gehört der kann Schüssel raus boah Lars das ist ja voll weit laufen und ich finde keine Steine ich werde nur irrer braucht er nur ein paar Steine aber dafür habe ich Nüsse gefunden so äh langer Stock langer Stock nehmen wir alles mit auch Bananen Bananen lecker Du, hier liegt I. Ich habe gerade Maden gefunden. Lecker. Ja, Proteine. Proteine. Knochen. Oh. Knochen. Achso. Und rate, was er wieder ist. Durstig. Richtig. Natürlich. Lagerfeuerasche. Okay. Ja. Die suche ich gerade. Was suchst du? Lagerfeuerasche. Da stand was bei der Lehm... Ja, wir brauchen das. Ich habe aber keine. Müssen theoretisch irgendwie Kohle auftreiben oder so. Warte mal, Kohle war doch hier vorne beim Verbrennen hier drin. Ja, aber ich sehe es gerade nicht. Oh, der ist schon wieder durstig. Äh, schön. Ich gehe mal kurz saufen. Ja. Ach ja, und baden will er auch noch. Natürlich. Äh, gut. Du hattest gesagt, dass man eventuell Wasser abkochen kann. Wasser habt ihr. Gefäß zum Abkochen habt ihr auch. Ihr trinkt da raus. Der Tipp zum Wassertransport kommt später. Wir trinken da raus. Wahrscheinlich mit der... Meint er mit der... Ähm... Wir trinken da raus. Wir trinken doch der Zeit aus der... Aus der... Warte mal kurz. Wir trinken doch der Zeit... Moment. So, ähm... Waschen, trinken. Leben nehmen. Nee, das ist es nicht. Äh. Nehmen. Verschütten. Ich glaube, ich habe gerade unser Wasserproblem gelöst. Hm. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Nee, ist leer. Verdammt. Nee, okay. Das ist es nicht. Aber. Gott, ich kann den Trink nehmen. Vielleicht kann man mit den Dosen das reintauchen. Und, äh... Oder mit den Kokoschalen. Ich probiere das nochmal aus. Ich bin mir zu brauchen. Da kommen ganze Kokosnuss dafür. Äh. Oder? Oh, ne. Ich sehe schon wieder Piranhas. Ne, ne. Ich gehe weg von hier. Leere Dose. Okay. So geht es nicht. Leben nehmen. Äh. Okay, ich nehme erst mal den Leben. Okay, ähm, schade. So habe ich es gedacht. Okay, aber auf jeden Fall hat es irgendwas zu tun. Kollegin hat es fast gesagt. Du hast es gerade fast richtig gesagt, meint er. Ja, ja, wir brauchen ein ganz Kokosnuss und dann brauchen wir das Seil und dann können wir ein Bidon machen. Und dann geht das. Ah. Glaube ich. Sehr gut. Ähm. So, was haben wir jetzt hier? Asche, Federn, Federn habe ich eine Menge. Bananen. Was ist Asche? Was ist denn Asche? Äh, ne, nicht Asche. Habe ich Asche? Habe ich Asche gesagt? Ja. Federn. Ne, ne, ich meinte Federn. Ja. Ähm. Ich koche uns mal Fleisch. Wenn du eine Banane brauchst, sag Bescheid, ne? Mhm. Äh, das, 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 waschen. Schale aufs Feuer und mit Bidon Wasser hinein. Gott, ich bin weh. Ja, das meinte ich ja. Ey, dann brauchen wir... Gut, ich gucke mal, ob ich hier was finde. Vielleicht finde ich ja noch irgendwo eine. Ähm. Ich koche für dich gleich nochmal ein bisschen was mit. Äh, sammeln. Ich habe übrigens Fischgräten. Nur so, wenn du was hast, sag Bescheid, ne? Also... Ja. Oh, da muss ich schon wieder ausruhen. So. Fisch wird gekocht. Das Lager sieht ja aus, überall Stöcker und so weiter. Ja. Müssen wir echt mal aufräumen. Dann gehe ich so lange mich ausruhen, weil er schon wieder weint. Ja. Ist ja ein bisschen eine Mimose. Aber ich, ähm... Kann eh nur noch bis 17 Uhr, ne? Nur, dass du Bescheid weißt, weil... Ja, ja, das war so vereinbart. Ja, ja, ich weiß. Gut. Also 15 Minütchen noch. Ja. Ich höre hier irgendwo fliegen. Das heißt, hier liegt irgendwo ein Kadaver. Tierexkremente. Äh, also ich habe gerade Scheiße gefunden. Lecker. Ich gucke mal, ob ich hier noch irgendwas finde, irgendwie. Weil ich brauche hier auch nochmal Steinchen. Damit ich hier was... Wo drückt denn der Schuh? Ah, Fleisch braucht doch. Ich höre Eingeborene. Singende Eingeborene. Ja, also das, was ich kochen hatte. Okay. Äh, 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 nee, dann dreh ich lieber um. Ja, das, ähm, würde ich dir auch empfehlen. Ja, das Beste für alle. Mann, ich brauche eine Kokosnuss, das gibt's doch nicht, ey. Wir haben aber nur noch, äh, Schalen, haben wir aber keine komplette. Ja, ich suche ja schon hier, ob ich was finde, aber es sieht gerade nicht danach aus. Auf jeden Fall, also ich muss sagen, mir gefällt das Spiel recht gut. Das ist echt geil, also mir macht's mega Spaß auf jeden Fall. Ja. Ich denke, äh, wenn du möchtest, äh, können wir das dann, äh, ruhig öfter streamen. Ja, auf jeden Fall, aber, ähm, ich kann dann aber nicht mehr so früh wie heute. Ich hab ab nächstem Woche wieder Vollzeit. Alles gut, das können wir ja, das können wir ja dann ja ganz in Ruhe besprechen und dann... Ja, aber gerne. Sehr, sehr gerne. Du weißt doch, ich bin noch momentan relativ flexibel. Ja, ich hab ja eh in zwei Wochen Praktikum. Ja. Dann bin ich vor halb sechs eh nicht zu Hause. Ich hab heute den Vertrag unterschrieben. Das freut mich mega. Äh, hi Sam Hain, ähm, ah, Sam Hain schreibt gerade, ah, wieder zwei, die den Koop gut finden. Ja, macht auch Bock. Auf jeden Fall besser, als wenn man das alleine macht. Ja. Wär auch ganz cool, wenn man das irgendwie noch zu dritt oder zu viert machen könnte. Dann weiß ich auch Bescheid, dann habt ihr beide vier Stunden gestreamt. Ach, war's voll rein zu den eingebohrenen, die sind bestimmt mehr. Die sorgen auch dafür, dass man schön warm hat. Äh, Lars, soll ich dich den vorstellen? Also, wenn du da so gerne hin möchtest, also. Äh, Sam Hain, ja, wir spielen Welcome to the Jungle. Das ist korrekt. Weil wir uns ja wirklich bescheiden auskennen, sag ich mal. Noch. Ja, wir sind voll Profis. Äh, ich finde hier nicht eine einzelne Kokosnuss, geschweige denn mal irgendwie mal ein Steinchen, damit ich nochmal mir ein paar Klingen bauen kann. Das ist gerade echt. Ah, das sieht aber optisch... Oh, das habe ich jetzt gemacht. Äh, seit wann wir spielen? Seit, äh, 13 Uhr. Wobei wir aber auch schon ein paar Mal komplette, äh, ja... ...verreckt sind durch diverse Umstände. Sag es doch, wie es ist. Ja, du hast es doch gerade wunderbar beschrieben. Ich habe gerade wieder eine Klapperschlange gehört. Schnellweg. Ach, du hast schon wieder... Du hast alles... Das habe ich auch. Äh, ja. Ja, das stimmt, Lars. Also musst du hierbleiben. Wir lassen die Eingebogenen einfach, wo sie sind. So. Also Steine hier ist echt irgendwie... Was ist das denn hier? Ich habe auf jeden Fall ein paar nette Sachen gefunden. Ah, ah! Was denn? Hilfe! Da ist einer! Wo? Da! Oh Gott! Ich habe nichts! Ich habe nur Fäuste! Ich habe nur Fäuste! Nein! Aua! 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 Warte! Ich rieche es vorne. Ah! Das habe ich schon rausgefunden. Danke, ähm... Lass mal die Steine kaputt machen, klein. Eieiei, was war das denn, ey? Oh, was ist das denn, ey? Oh, was ist das denn, ey? Das war drei oder vier. Wo kommt... Oh, jetzt habe ich mein ganzes Zeug nicht mehr, oder was? Ja! Getötter Schnitt, ja! What the fuck? What the hell? Einlässt hier, einlässt, was ich gerade mühsam zusammengeklappt habe. Ja, ich weiß. Alles wieder einsammeln. Ja. Das trifft es sich gut, dass wir eh ein Zeug-Motenschluss machen wollten. Oh Mann, ey. Können wir noch in Ruhe safen gleich? Ja. Alter. Ah, echt. Habt ihr oben euer Ja und eure Waffen, die spawnen, wenn ihr sterbt. Ja. Jetzt sammle ich gerade alles ein hier. Ähm... So, mein Gott. Hast du dein Zeug auch wieder? Ja, ich bin gerade dabei. Himmelhöfe. Stimmt, hier oben ist ja dieser Sperr, der da an der Tonne steht. Aber was die hier auf einmal wollten, ne? Ja, ich hab ja erst nur einen gesehen und dann einmal wandern andere. Unglaublich. Echt. Frech sowas. Richtig frech. Ja, kann man jetzt mal in Ruhe hier irgendwas machen? Also, finde ich nicht in Ordnung. Nee. Es ist Hausfriedensbruch. Absolut. Der eine sah so aus, wie der andere hieß. Sam Helm schreibt gerade, für Anfänger ist willkommen im Dschungel schon eine Herausforderung. Ja? Ja, wir haben unseren Spaß. Das ist die Hauptsache. Er schreibt auch gerade, ab einem gewissen Baugrad kommen die Jungs alle Nase lang. Also wie bei The Forest quasi. Ja. Yay. Geil. Das ist geil. Würde ich mal so sagen. So. Äh, wir können ja mal speichern, oder? Ja. Geil. Okay, kein Bock mehr, Lola. So. Ah. Ja, äh, hau raus. Die Tipps, kein Thema. Wir kriegen jetzt noch zwei Tipps für unseren Rucksack. Ah. Ist hier schon Wasser? Hier ist... Ne, hier ist nix. Noch kein Wasser. Was kommt denn hier oben ran, äh, Nori? Du musst das mit der Kokosnuss machen. Du musst eine Kokosnuss, dann musst du dieses Seil drum machen. Die tauchst du dann ins Wasser und das trüllst du dann da oben rein. Und dann kommt das Gefiltert da unten raus. Ach so, okay. Also kann ich einen Schildkrötenpanzer da wegnehmen? Ne, ne. Lass ihn erstmal da. Wir brauchen halt nur die Kokosnuss dafür. Ach so. So wie ich das Woche immer gemacht habe, weißt du? Mhm. Äh, wenn... Okay, wenn ihr die Y-Taste etwas länger gedrückt haltet, wenn der Rucksack offen ist, sortiert er sich von selbst. Oh, danke. Das ist gut. Dankeschön. Ja, funktioniert. Tadellos. Ja. Geil. Äh, und mit gedrückter Alt-Taste könnt ihr ganze Stapel verschieben. Okay. Sehr geil. Ähm. Ich packe mal die... Warte mal, die Kokosnuss... Die Schale gehört da oben hin, hast du gesagt. Den macht er aber nicht. Nein, die Kokosnuss muss zu sein. Ach so. Ich dachte jetzt... Damit man das Seil da durchmachen kann. Verstehst du? Mhm. Das Wasser direkt in der Schale am Feuer abkochen wird dann genießbar. Okay. Äh, ich packe die noch mal hin. Und vielleicht hält es dann auch länger. Ja. Ja, kann ja sein. Wenn man das so filtert, du hast, kommt es da unten raus, dann nimmst du die Schale und packst das zum Feuer. Vielleicht will er dann nicht jede Millisekunde was trinken. Mhm. Kann ja echt sein. Ja, Sam Hain, Kokosnuss, gar kein Thema. Hau raus, den Tipp noch. Ich bin aber auch hier die ganze Zeit am Trinken. Ja, ist ja auch hier Green-Hell-Wetter auch draußen. Okay. Wenn es, also, Bia Tschunke schreibt, wenn es gefiltert ist, braucht man es nicht mehr abkochen. Okay. Und Sam Hain schreibt, wenn ihr eine am Boden liegen seht, schaut mal nach oben in der Krone der Palme. Da sollten immer noch zwei Stück hängen. Ah, okay. Good to know. Äh, noch kurz. So, sortiert. Die könnt ihr mit der Axt oder den kleinen Steinen runterwerfen. Oh. Mhm. Kleine Steine kann man mit G werfen. Alles klar. Vielen Dank. Dankeschön. Genau. Die Tipps werden wir uns fürs nächste Mal auf jeden Fall merken. Ne? Ja. Oh, du hast schon... Wollt gerade sagen. Wollt gerade schon wieder, äh, Egel pflücken. Nee, da sind keine. Ja, ich brauche einen Stift zum Festhalten. Ich habe Angst vor den Eingeborenen. Ja, die kamen jetzt gerade auch wirklich überraschend. Ja, das war jetzt, äh... Vor allem, was wollen die von uns? Wir haben denen nichts getan. Ne? Nee, wir sind hier unschuldig. Ja, wir waren noch nicht im Dorf. Aber vielleicht hatten die Durst und wollten nur was trinken. Ach, du meinst, die wollten was von unserem Zeugs einfach nur abhaben? Ja, vielleicht wollten die uns auch zum Essen einladen. Die Frage muss dann aber sein, wer, wer oder was ist denn das Essen? Ja, das ist eine Sache der Auslegung. Ja, weil ich schätze die nämlich so ein bisschen, äh... Ja. Leicht kannibalistisch ein. Echt nicht? Äh, okay. Sam Hain schreibt gerade noch. Ganz einfach, drüben auf der anderen Seite ist ein Ureinwohner-Camp, die beobachten euch. Was? Äh... Ich weiß nicht, wie du es siehst, Lori, aber ich glaube, wir werden in Zukunft irgendwo umziehen müssen. Ja, ich glaube auch. Ja, mir hat es schon geschrieben gerade, ihr seid in ihr Gebiet eingedrungen und ihr macht euch bereit. Ja. Okay, dann wäre ich auch sauer. Äh, nochmal mal schnell zwei, drei Pilze holen und dann, ähm... Ja. Ja, dann müssen wir wohl im nächsten Stream umziehen. Richtig. Das wird es wohl sein in... Ähm... Ich weiß nicht, auf welchen Koordinaten wir hier gerade sind, weil ich habe keine Karte zum Gucken. Deswegen kann ich das, glaube ich, nicht sagen. Ah, Birjunke schreibt gerade noch, wünsche euch für die nächste Session viel Spaß und Erfolg. Also Spaß haben auf jeden Fall. Dankeschön. Gut, machen wir Schläfchen, oder? Ja, der heult schon wieder rum. Äh, warte mal. Kurz speichern. So, gut. Mal gucken mal. Ah, wenn du die Uhr anhast und dann das Mausrad drehst, dann siehst du deinen Kompass. Hm. Ja. 51 West, 19 Süd sind wir. Ja. Das sind halt alles so Sachen, die man erstmal wissen muss, ne? Würde ich mal so sagen. Gut. Dann würde ich sagen, äh, ja, verabschieden wir uns, oder? Genau, wir verabschieden uns. Danke an alle fürs Zusehen. Ähm, ja, dankeschön, auch für die tollen Tipps und so weiter und, ja. Wenn ihr halt uns nicht mehr verpassen wollt, abonniert uns, beziehungsweise, followt uns. Und, äh, auch vor allen Dingen die liebe Lori, natürlich. Und, ähm, dann kriegt ihr mit und bis zum nächsten gemeinsamen Stream, würde ich sagen. Und danke für dein... Gerne, Lars. Danke für dein Follow, Sam Hayne. Dankeschön. So, und ich entlasse euch nochmal mit ein bisschen Musik. Also, macht's gut. Tschüss. Bye, bye. Do you even remember how you got here? How long have you been here? How long can you survive on your own? Weeks past. you? You still think you can save me? You. You. Ich bin einig, ich bin einig. Du denkst... ... ich war es wert?